Oh mein Gott, sind die fällig. Oh mein Gott, ich bin nice. Sie sehen irgendwie aus wie alle anderen. Aber natürlich toll. Die Gläser sind so schön. Ja, das stimmt. Ich glaube, es kommt die Quillen. Jetzt steht hier irgendwie nicht so das Outfit. Sorry. Wissen die gar nicht grüßen beim Einreiten? Doch, der hat gegrüßt. Ah. Habe ich nie mitbekommen. Das ist die mit den Mustern, wo ich vorher gemeint habe. Das haben doch alle. Aber die haben noch unten drunter so ein Zeichen. Ist gerade ein bisschen unscharf hier. Also ist ganz schön unscharf. Ja, das ist gerade hier ein bisschen sehr unscharf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also... Ah. Oh. Oh. Oh, es ist versammelter Schrabengrad. Mhm. Und da will ich mir das ein. Ich will auch sagen... Aber ich werde besser. Und filmen? Ja. Die ersten haben halt reingekackt. Oh. Das haben irgendwie alle. Wie so ein richtiges Dressurpferd. Die sind auch einfach mega gut auf die Bühne. Ja. Ich finde Kutschpferde laufen immer mit dem Kopf so eingerollt, aber so weit oben. Das finde ich nicht so schön. Ja. Ja, aber das ist auch ein Kutschpferd zu Kutschpferd an. Aber das ist schon typisch Kutschpferd. Ja. Der, der da vor 7 Jahren longiert wird, war auch so. So. Ja. Stimmt. Oh. Schatten. Aber das ist aber nicht so gut für die Aufnahmen hier, ne? Ha. Na, jetzt geht's dir. Ja. Finde ich ein bisschen lustig. Sowas bräuchte ich mal zum Filmen von Leuten beim Reiten. Das wär fancy. Das wär fancy. Die da parallel. Ja. Ich finde das sieht mega aus. Oh, was du machst. Top. Oh. Bleiben wir nur stehen, gehen erst später mit uns. Versteh ich nicht ganz wie so. So rückwärtsrichtend machen sie dann zu Richter E. Ja. Man kann nicht so weit suchen irgendwie. Weiß nicht. Versteh ich. Anhalten muss halt auch gekonnt sein. Aber das machen sie ja am Anfang und am Ende nochmal. Ja. Tja. Jetzt Pause für den Pferd oder so. Am Anfang geht's ja erst los, wenn die dann schon gegrüßt haben. Vielleicht bleibt's davor nicht richtig stehen. Und dann kriegt's halt doppelt ab. So, keine Ahnung. Ja. Einen Appenschutz. Na, wir sind schon dabei. Für sie nicht. Es ist auch nicht schon gleich. Ja, wahrscheinlich. Die haben Baby dabei. Genau. Morgen klatsche ich mich mit Kilo Sonnencreme ein, wobei es morgen überwältigt sein soll. Ich mag die Halbpenn nicht, die ich dabei habe. Ich mag die Halbpenn nicht, die ich dabei habe. Ich mag die Halbpenn nicht, die ich dabei habe. Ich vergesse es manchmal, dass ich gerade filme. Ich habe ja schon eine Waffel gegessen. Du weißt, wie viel die kostet? Nein, wenn ich noch nichts gegessen habe, habe ich nicht viel gegessen. Ja, kann ja sein, dass ihr gestern oder jemand anderes... Beim Rückwärtsrichten verkacke ich irgendwie immer. Was? Beim Rückwärtsrichten verkacke ich irgendwie immer. Ach so, danke. Aber Alter, die sind ja richtig schnell und flatt rückwärts gegangen. Die anderen haben vorher immer struggled. Mann! Trotzig? Naja, also manchmal ist halt plötzlich nur noch ein Pferd im Bild. Aber das kriege ich ganz schnell gefixt dann. Ist so krass, wie man sieht, dass die Mittellinie so abgelaufen ist. Aber unsere Anlage sieht richtig schön in der Kamera aus. Das ist besser der Rasen. Aber davon können wir ja nix. Das ist richtig schön. Ja, wie sieht die Urhe so aus aus? Ja, ich hasse es auch, wenn die dann aussieht. Das kannst du lieber an. Kannst du. Hast du ne Käppi an? Ich hab irgendwie keinen Käppi-Kopf bei mir. Jetzt ist zum Beispiel wieder was. Marschieren die jetzt schon auf? Ich glaub. Weiß nicht. Aber die nächsten sind immer noch nicht da. Wie brauchen die zwei Spinner definitiv länger als die Pony 1 Spinner brauchen? Das ist ja auch ein großer Platz. Dann wird sie ja auch nicht mehr brauchen. Nein, ich will nicht, dass sie in ihrer Prüfung länger gehen, sondern dass sie länger brauchen, bis die nächsten da sind. Bei den Ponys waren die schon da, als die ersten Reihen sind. Oder als die vorherigen. Ja, aber ich glaube richtig aus daran, dass die vorher abreiten durften. Stimmt, das dürfen die hier nicht, die reiten hinten ab. Eben. Und dann kommen sie halt erst später. Jetzt halten sie an. Und dann kommen sie an. Und dann sind sie aktiv. Und jetzt wollen sie auf den auf. Ich hin sch смотреть auf den Sein-I-Drein-Graden zu filmen. Anschauen bitte. Vielen Dank.